So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen. Heute ist mal wieder soweit. Star Wars, bau deinen X-Wing. Ich habe heute ein bisschen Multivation. Ich habe ein bisschen Zeit, um meinen dritten Motor einzubauen. Ja, ihr wisst ja, das ist mein dritter. Der ist der erste, wo auch viele Steckplätze gefehlt haben. Und dort drinnen ist ja noch mein zweiter, den ich natürlich jetzt auch austauschen muss, weil der Motor, der war ja verschrottet, die Zahnräder. Der Motor an sich, der funktioniert noch. Habe ich einen neuen bekommen. Diesen habe ich ja auch im Video gezeigt, angeschlossen und es funktionierte nichts mehr. So, ich habe natürlich alles überprüft. Alle Steckplätze mal rausgenommen, wieder vernünftig reingesteckt. Es funktionierte nicht. Ich habe natürlich die Batterien ausprobiert, gewechselt. Woanders liefen die Batterien, nur nicht in den X-Wing. Dann hat mir einer gesagt, ich hätte auf die Fernbedienung aufpassen müssen. Ich habe in beide Batterien reingetan. Es funktioniert nichts. Deswegen baue ich heute meine dritte und letzte Platte ein. Ja, meine dritte und letzte. Das heißt, ich werde jetzt auch aus der ganzen Fernbedienung die Batterien rausnehmen, die Platte ausbauen, sie alles nach der Seite hin packen. Dann erst das Magazin. Das neue, was ich ja umsonst bekommen habe, die Ausgabe 67, die Platine rausnehmen, die Fernbedienung zusammenbauen. Alles wieder vorsichtig, vernünftig zusammenstecken. Dann werde ich gleich einen Zwischenbericht machen, ob die Platine läuft. Man sieht es ja dann, wenn die Flügel angeschlossen sind oder nur der Motor. Es muss ja sich was tun. Entweder bewegen oder die Lichter brennen. Und dann werde ich mit Zeit nehmen, die Flügel ausjustieren, dass die Kontakte auch vernünftig stimmen. Und wie gesagt, ihr wisst es ja. Sollte es nicht funktionieren, stelle ich die Flügel so hin, wie ich sie haben will, dann war es das. Dann war es für mich der teuerste Schrott, den ich besitze. Aber nichts und trotz fange ich natürlich jetzt erstmal an, alles vernünftig auszubauen. Natürlich vorsichtig alles abziehen. Man braucht es ja. Und dann natürlich die neue Platte einsetzen. Dann den ersten Zwischenvideo machen, ob das funktioniert, ob das läuft. Aber bis dahin werde ich jetzt das Video auf jeden Fall unterbrechen, dass es nicht zu lang wird. Und sage mal, bis gleich. So, ein kurzen Zwischengericht. Ich habe jetzt die Platine ausgebaut. Wenn ihr die Platine ausbauen müsst oder Stecker abziehen müsst, passt bitte auf. Weil ich habe wirklich vorsichtig gearbeitet. Diese Steckplätze, die auf die Platine sind, die gehen einfach so ab. Okay. Man kann sie einfach wieder proponatisch reinstecken. Und ich habe wirklich das passende Werkzeug. Ihr seht selber. Das ist ein sogenannte Zahnarztsang, die also über die Ecke, ich konnte sie halten, rausziehen. Es hat sich kaum was bewegt. Aber trotzdem habe ich die Steckplätze mit rausgezogen. Also, wenn ihr da dran müsst, das Kabel wechseln, weil ihr 13 und 14 vertan habt oder oder oder. Passt bitte auf. Die Platinen sind wirklich ganz minderwertig zusammengesetzt. Aber das wisst ihr ja aus anderen Videos. Und jetzt werde ich natürlich alles wieder neu zusammenbauen und melde mich gleich nochmal wieder. Deswegen bis gleich. So und mal wieder ein kleines Zwischenfazit um diese Platte, die ersten Kabel einzustecken, gefühlt einen halben Tag gebraucht. Nein, aber wirklich über eine halbe Stunde vorsichtig hineingedrückt, so dass nirgendwo angekratzt wird, dass vielleicht eine Nullstelle beschädigt wird oder sowas. Wirklich diesmal richtig lange Zeit gelassen. Über eine halbe Stunde nur für die paar Kabel, den Motor eingesetzt. Das war's. Die Flügel sind natürlich noch lose. Aber ihr wisst ihr, das Korpus Delicti ist ja nicht unten gerade. Es wackelt ja. Da habe ich mir aus Lego, seht ihr das vielleicht, ein Ständer gebaut, dass er perfekt gerade ist, nur nach hinten hin beweglich ist. Und da natürlich passend zu die Flügel. Er ist jetzt absolut in Waage. Also dadurch, dass die Flügel jetzt wirklich absolut in Waage sind, er jetzt etwas hoch steht, habe ich natürlich jetzt die Freiheit. Und was ist die Freiheit? Der Flügel. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr das da unten seht. Ich versuche es mal. Seht ihr, der Pin, der Plastikpin vom Flügel ist genau an den Kontakte drauf. Er drückt drauf. Das heißt, er steht da. Es ist perfekt zusammengebaut. Es gibt nichts auszusetzen. Jetzt werde ich natürlich vorsichtig die Stifte wieder einsetzen, dass es absolut passt. Dann natürlich die restlichen Kabel. Und dann müsste es laufen. Hoffentlich. Wie gesagt, es ist die dritte Platine. Nicht der Motor. Ich habe mich verteilt, aber ich war wütend. Wie gesagt, die dritte Platine. Zweiter Motor, den ich jetzt eingebaut habe. Und jetzt hoffentlich, muss es absolut stimmen. Und deswegen, bei mir sind die Flügel perfekt gerade. Dadurch ist der Kontaktschalter hier vorne, na, so seht ihr das vielleicht, natürlich dann ausgelöst. Und jetzt baue ich natürlich, wie gesagt, die Stangen ein und melde mich gleich wieder. So, habe natürlich den Legoständer höher gebaut für die Flügel, dass die auseinander gehen. Ich habe alles vernünftig, sorgfältig angeschlossen. Bis auf die 20 eben. Aber sonst alles wunderbar. Aber ihr seht, der eine Flügel kippt immer auseinander. Grund, richtig nicht stabil. Aber einige haben das ja schon geschrieben. Zweitens. Habe gerade, bevor ich das natürlich aufnehme, einmal ganz kurz den Stecker angemacht. Strom. Die ganze Beleuchtung funktioniert. Sie funktioniert tadellos. Dann wollte ich natürlich weiter hingucken. Dann kam hier raus. Qualm. Der Motor ging nicht an. Es qualmte nur. Das bedeutet, er ist wahrscheinlich wieder kaputt. Ich werde jetzt noch einmal den Motor ausbauen. Nochmal gucken, was da durchgebrannt ist. Wenn nicht, ist es für mich der teuerste Schrott, den ich besitze. Wie gesagt, werde ich auf jeden Fall noch berichten. Wenn es nicht funktioniert, jetzt gleich bei den nächsten Tests, weil ich den Motor jetzt nochmal ausbaue, werde ich die Flügel so stellen, wie ich sie haben will, festmachen. Dann ist das der teuerste Schrott, den ich besitze. Also nochmals bis gleich. So. Habe alles nochmal ausgebaut. Habe wirklich wieder ziemlich viel Zeit dafür gebraucht, weil ich Perfektionist bin und die Stangen alles. Habe den Motor auseinander genommen, ob vielleicht sich ein Zahnrad verklemmt hat, weil es gequalmt hat. Nein, ich kam nicht auf die Idee. Und dann, als ich wieder zusammengebaut habe, dann fiel mir was ein. Halt Stopp. Was ja ziemlich wichtig ist. Steckplatz 13 und 14. Vertauschen. Ja, ich habe das vorhin nicht gemacht. Also Kabel Nummer 14 kommt in 13 rein. Kabel Nummer 13 in 14. Und voila. Ihr seht es. Und jetzt werde ich das erste Mal, wirklich das erste Mal nach dem Zusammenbau jetzt testen. Ich mache mal Licht aus. Also die Vorderfront. Jetzt drücke ich einmal hinten. Ihr seht, die Beleuchtung, sie funktioniert. Die hinterste Beleuchtung, ihr seht sie hinten an der Wand, sie funktioniert. Und jetzt kommt das Wichtigste. Funktioniert es oder nicht? Ich werde sofort dann natürlich den Ausschalter machen. Und? Ja, ihr habt es mitgekriegt. Ich halte ihn mal jetzt höher. Vielleicht passt der Tisch nicht ganz. So, wieder anmachen. Nein, ihr seht es selber. Er ist ziemlich weit auseinandergegangen. Richtig groß auseinander. Ob das so richtig ist, weiß ich natürlich auch nicht. Schaut euch mal das Ergebnis an. Und das kann es nicht sein. Ich teste jetzt doch mal, weil jetzt kann er ruhig kaputt gehen. Ich, wie gesagt, ich stelle den so ein, dass ich den will. Und dann ist mir das sowas von egal. Licht. 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 Nein, er geht nicht zurück. Das bedeutet, entweder sind jetzt die Zahnräder wieder kaputt oder allerdings. Es ist nichts. Aber, na. So, ich werde ihn jetzt so zusammenbauen. Die Flügel so, wie ich den haben möchte. Den Motor kurz schließen, dass der Motor nicht mehr betätigt werden kann an der Fernbedienung. Und dann war es das für mich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich fühle. Was ich mit diesen X-Wing jetzt machen könnte. Einige von euch wissen das bestimmt, was ich damit jetzt machen könnte. Aber diese Stellung ist mir ein wenig zu hoch. Ich mache sie noch ein bisschen zusammen. Dann werde ich, wie gesagt, den Motor kurz schließen, dass, wenn ich ihn aus Versehen auf eine Fernbedienung komme, nicht betätige. Oder jemand anders, das einfach nur die Beleuchtung geht. Und das war es dann wirklich. Motor aus. Das war es. Ist dann auch bei mir nicht ganz, ja doch, der teuerste Schrott, der bei mir rumsteht. Ist so. Weil er funktioniert ja nicht richtig. Aber einige von euch haben ja auch schon geschrieben, dass es bei euch funktioniert hat. Aber irgendwann, wenn man die dritte Platine, zweiten Motor eingebaut hat, dann hat man die Schnauze voll. Das ist einfach so. So ist es bei mir jetzt auch. Ich finde es natürlich richtig gut von euch, dass ihr mir immer die Kommentare schreibt. Aber auch, dass es bei euch einigermaßen klappt. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare. Klappt es bei euch endlich? Funktioniert es? Oder habt ihr auch schon aufgegeben? All das könnt ihr, sollt ihr für mich und alle anderen natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und wie gesagt, ich baue ihn jetzt soweit zusammen. Bis zu die neueste Ausgabe. 82 war das, glaube ich, zuletzt. Jetzt Mittwoch hoffentlich die 83 rauskommt, dass ich den weiterbaue. Aber bei mir werden die Flügel nicht funktionieren. Ich nehme die jetzt nochmal ab. Stangen raus. Motor raus. Motor nicht mehr anschließen. Alles natürlich wieder einbauen, dass der Motor drin ist. Es kann ja sein, dass die Zahnräder den ein bisschen auf Spannung halten. Flügel etwas zusammen. Das war es für mich. Also wie gesagt, mein X-Win kann die Flügel nicht auf und zu machen. Nur die Beleuchtung wird gehen. Und ich hoffe, alles andere auch. Aber das wird sich in der Zukunft zeigen, wenn man den weiter zusammenbaut. Und ihr schreibt mir natürlich für mich und alle anderen, klappt es bei euch? Ich freue mich für euch, wenn es klappt. Wenn es auch ärgerlich ist, ich kann euch verstehen. Aber nichts zu trotz, das war es mal wieder. Es hat nicht geklappt bei mir. Ich habe auch keine Lust mehr, den jedes Mal zusammenzubauen, auseinanderzubauen. Aber es ist wahrscheinlich irgendwann Verständnis. Deswegen, ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr schreibt, ob das bei euch nicht klappt. Und ich sage, hoffentlich ist Mittwoch die Ausgabe 83 da. Und sage, wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Guckt hin und schaut zu.